Hallo liebe Deutschlernende! Hier bin ich wieder, diesmal ohne Bart, frisch rasiert und ich mache weiter mit meinen täglichen Videos. Ich habe ein kleines bisschen Pause gemacht und jetzt geht es weiter mit täglichen Videos und nicht nur das. Ich werde jetzt auch mehr auf Instagram veröffentlichen. Ich habe schon seit einer Weile ein Instagram-Konto, das ihr ganz einfach finden könnt, wenn ihr einfach nach Authentic German Learning sucht. Und auf diesem Profil zeige ich euch kurze Videos. Ja, also die Videos auf Instagram dürfen nicht länger als eine Minute sein. Also werdet ihr dort ganz kurze Videos sehen können und auch schöne Bilder, okay? Ich bin gespannt, was ihr von meinem Instagram-Konto hält und bitte folgt mir dort und viel Spaß! Ich werde euch sehr viel wertvolle Dinge geben dort auf diesem Instagram-Profil. Ein Bild pro Tag, ein Video pro Tag. Ich möchte das Instagram-Profil ganz groß machen und ich hoffe, dir gefällt es. Okay, wir sehen uns auf Instagram. Bis dann! Tschüss!